Die alchymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz Erster Tag An einem Abend vor dem Ostertag saß ich an einem Tisch und hatte mich, meiner Gewohnheit nach, mit meinem Schöpfer in einem demütigen Gebet genügend besprochen und über viele große Geheimnisse, deren mich der Vater des Lichtes in seiner Majestät nicht wenige hatte sehen lassen, nachgedacht. Nun wollte ich mir mit meinem lieben Osterlamm einen ungesäuerten, reinen Kuchen in meinem Herzen zubereiten, da erhob sich plötzlich ein solch grausamer Wind, dass ich meinte, es würde der Berg, in den mein Häuschen gegraben war, vor der großen Gewalt zerspringen müssen. Da mich aber solches vom Teufel, der mir manches Leid angetan hatte, nicht überraschte, faßte ich Mut und blieb in meiner Meditation, bis mich, was ich nicht gewohnt war, jemand am Rücken berührte, wovon ich dermaßen erschrak, dass ich mich kaum umzusehen wagte. Jedoch blieb ich so zuversichtlich, wie menschliche Schwachheit bei dergleichen Dingen sein kann. Und als mich jemand wiederholt am Rock zupfte, sah ich mich um, und da war es ein schönes, herrliches Weib, dessen Kleid ganz blau und wie der Himmel prächtig mit goldenen Sternen übersät war. In der rechten Hand trug es eine goldene Posaune, darauf ein Name eingraviert war, den ich wohl lesen konnte, der mir aber später zu offenbaren verboten wurde. In der linken Hand hatte die Frau ein großes Bündel Briefe in allerlei Sprachen, die sie, wie ich später erfuhr, in alle Länder tragen musste. Sie hatte aber auch große, schöne Flügel, überall mit Augen versehen, mit denen sie sich aufschwingen und schneller als ein Adler fliegen konnte. Spannoy Ab вчere Ab Ab Ab